Heute machen wir einen Ölwechsel bei einem VW 2,5 TDI Baujahr 2006 und die Motornummer ist AXD. Das einzige Problem ist vielleicht, wo ist der Ölfilter? Da schauen wir jetzt mal. Wo ist der Ölfilter, Dennis? Der ist unten. Ich schaue nur, ob man von hier irgendwelche Undichtigkeiten sieht. Also den Ölfilter haben wir da drunter. Da muss man den Behälter ausbauen. Das ist nicht schwierig. Es ist nur eine Schraube. Und dann muss man mit Schlangen hinten da vorbei irgendwie da runter und da unten rein ist der Ölfilter. Das erste Mal habe ich den ganz schön gesucht. Okay. Das war's für heute. der deckel Ölschraube, Allrad, Getriebe, ein bisschen nass, die sind wir auch schon gewechselt ... ... ... 35 Newtonmeter. Handfest. Handfest passt. Handfest. Bei der Gelegenheit überprüfen wir gleich den Unterbodenschutz. Und dann da nacharbeiten, wo es fehlt. Das Auto war schon nahezu eine Rostleiche, wie ich ihn vor fünf Jahren gekauft habe. Da haben wir allerhand eingeschwarzt, auch im Motorträger verbotener Weise. Und da müssen wir jedes Jahr, nach jedem Winter, die Stellen, die so anfallen, etwas abbösten. Und behandeln. Vor fünf Jahren war das eine Rostleiche. Und da haben wir jedes Jahr ein bisschen nachgearbeitet. Nachher bringen wir ihn immer wieder drüber. Im Herbst machen wir das Gleiche. Ganz wichtig, etwas Öl. Entweder altes hier raus, wenn man welches hat. Oder WD-40 drüber brühen. Und jetzt ist wichtig, das Loch suchen und treffen. Das ist das, was er gesagt. Das ist das, was ich mir jetzt. Das ist das, was ich mir jetzt. Und ich bin jetzt einig. Ich habe mich schon einig. Dich, wenn ich sie spüren und schüren. Das ist das, was ich schon mitzunehmen. Oh, das ist das, was ich. Ich habe mich von Fisch. Ich habe mich von Fisch. Und ich habe mich von Fisch. 7,5 Liter Ölmenge. Dummerweise habe ich jetzt die Service-Rückstellung schon gemacht, aber ich erkläre es. Zuerst kann man mal den Schlüssel ins Schloss stecken, dann muss man mit der linken Hand den rechten Druckknopf gedrückt halten und dann Zündung ein, und dann steht da Service jetzt. Und wenn man jetzt mit dem linken Druckknopf nach rechts dreht, springt es auf Null. Das Kilometerstand ist 421.879. Heute ist der zwanzigster, dreißigster, zwanzigster. Zwanzigster, dritter. Zuerst kann man für den Intervall 30.000 oder was? 15.000. Und bei 436 der nächste. Oder 0321, dann kriegt ihr noch einen Stempel. Ölwechsel spendet. Mir war allein wichtig, dass ihr mal herzog, wo der Ölfilter steckt. Ich mache jetzt da nur einen Ölwechsel diesmal. Das nächste Mal kommt wieder der Luftfilter, der ist da drin. Und der Pollenfilter, der Innenraumfilter kommt auch dran. Was machst du jetzt? Ach so, du wolltest nachschauen. Der ist unten drin. Ja. Viel Spaß am Herzen. Kannst du natürlich nicht sehen? Nein, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Nur, ich sage es nur. Also der Innenraumfilter ist unterm Handschuhfach zum Wechseln. Das wäre dann schon alles. Das Auto servisiert. Der Unterboden ist auch renoviert. Jetzt könnte ich wieder nach Ungarn fahren, zu meinen Ferienhäusl. Aber alle Grenzen sind geschlossen. Wir sind alle in der Quarantäne. Sobald sich das ändert, ist mein Auto startklar. Danke fürs Zuschauen.